Kinder und Jugendliche haben eine Lobby und das seit 20 Jahren. Seitdem hat sich die Bundesjugendvertretung zu dem entwickelt, was seit 2001 gesetzlich verankert ist. Eine starke Interessensvertretung für Kinder und Jugendliche. Die BÖV hat schnell Fahrt aufgenommen. Galt es zunächst, die neuen Strukturen auszuformen und die Aufgaben abzustecken, wurde schon bald ein Büro eingerichtet, das mittlerweile zwölf MitarbeiterInnen beschäftigt. Zentrale Themen wie Arbeit, Nachhaltigkeit oder Frauen und Gender wurden ausgestaltet und Positionen in mehreren Vorstandsperioden beschlossen. Zahlreiche Projekte, Publikationen und mehr als 20 Kampagnen wurden bisher realisiert. Ob alle anders, alle gleich, mehr als nur flüchtig, reden wir Klarsex oder Armut ist kein Kinderspiel. Mit ihren fast 60 Mitgliedsorganisationen macht sich die BÖV seit 20 Jahren für Kinderrechte und mehr Mitbestimmung von jungen Menschen stark. Einer der größten Erfolge, die Wahlaltersenkung in Österreich auf 16 Jahre. Mit dem Jugenddialog hat die BÖV dazu beigetragen, dass europaweit über 50.000 junge Menschen die Youth Goals erarbeitet haben. Der unermüdliche Einsatz und das freiwillige Engagement unzähliger junger Menschen haben die BÖV zu dem gemacht, was sie heute ist. Eine starke Stimme für Kinder und Jugendliche, die es mehr denn je braucht. Wir jetzt hier.